hey und willkommen zurück zu einem weiteren part von arm tour ist in diesem tollen omega metric gebiet wo es nur omega medroids gibt die mit tierisch auf den sack gehen so richtig schön und angenehm naja also ist kein spaß macht keinen spaß weiß nicht ob das spaß machen sollte macht auf alle fälle nicht hier ist das nächste gebiet dann okay jetzt muss ich erstmal hier wieder ein bisschen rum ehren und gucken wo ich bin schon da bin schon da hallo ich kann ich mit dem supermiss gleich mal ja kann ich auch gott was das ist meistens noch ja ultra klein hier ach du schande normal es freut mich über kleine löcher diesmal das ist so dumm alter ich schiebe mich nicht raus du arschloch ich kann da nicht oben drin bleiben ist die gefahr das loch ist so klein dass die gefahr zu groß ist weil es noch zu klein ist dass er mich rausschiebt der hundesohn wieso hatten die zweite misslebene getroffen unglaublich lange du hatte schiebt mich jetzt raus kann es sein dass du sobald ich an dem loch festhält dass er sich herumdreht irgendwie ernsthaft kann es sein es ist der ganze clue du musst an dem scheiß loch einfach festhalten es läuft immer besser oder die halten immer weniger aus aber das ist so unglaublich dumm einfach so so richtig richtig lustloses design einfach so richtiges lustloses design da hat gesehen wie es im alten metro gemacht wird und da hinsichtlich schon die leute beschwert das ist ja was soll das ist das sind keine richtigen boss kämpfe die gehen einfach nur auf die eier blablabla hin und her jetzt hat er die chance es besser zu machen macht in dem spiel so viel besser und genau das worauf so viel rum gehackt wird macht dann noch schlechter mit aller gewalt entweder hat er einfach keinen bock gehabt hat oder hat sich gedacht eh das ist ein richtiger remake ich mache das so wie es damals war aber wenn du das so jetzt machen wollen dann hättest du den ganz anderen scheiß mit dem gravity suit und dem neuen gebiet und so was erst gern machen dürfen das ist einfach schlecht so leid es mir tut gar nicht im übrigen es ist einfach schlecht und das war nur eine abkürzung was schon benutzt hat oder wie oder was oder warum es ist einfach nur schlecht es ist so dumm und traurig was soll da gibt es noch einen schwierigen modus was sind das für ein abfuck bitteschön das hat ja nichts mehr mit schwer zu tun das ist einfach nur abfuck das ist einfach nur wie lange hältst du das aus gegen die omega matrix zu kämpfen ohne dass du dir den controller wo dir extra gesagt wird am anfang dass du dir einen besorgen solche was mit controller besser ist so fest auf dem schädel hauscht dass dir den schädler mit einschlägst das ist alles das ist der schwierige modus daran wie lange hältst du das aus nicht kaputt zu gehen daran nicht weil schwer ist sondern als kacke ist kacke so wie mein leben wie viel metro sind es jetzt noch neun ich habe fast behaupten dass es die frisch geschlüpfen metro zu zeigen werden dass es einfach mehr sind wie im original ich jetzt einfach mal fast behaupten bei dem original waren es glaube ich sieben wie mir war nicht sicher vielleicht kommen jetzt noch zwei unerwartete omega metroids wer weiß vielleicht kommt irgendeine neue entwicklungsform was sich selber ausgedacht hat zu den fäkalien metroid oder sowas um ein so richtig auf den sack gehen zu können der fäkalien metroid scheiße der rest nur obendrauf ist ja noch unbesiegbar geil kein neues gebiet neuer abschnitt sie finster aus und eisig und das fusion wasser das fusion water okay aber sieht schön aus gefällt mir das meine ich wieder da hat so viel potenzial arbeit liebe in das spiel gesteckt und dann kommt er mit seinem abgefuckten omega mit heute guck dir den scheiß man es macht mir was macht schon fast da alles vergessen jetzt mal kein flachs es macht fast alles schon wieder vergessen warum ist eigentlich wieder sowas die haben ein best bei der metro queen erstmal das sind sitzen am nest bei der metro queen am nest jetzt wieder weiter weg gebaut anstatt dass sie diesen abschnitt hier zu einem nest gebaut haben warum diese metro fischer sind nicht so ob der fucking scheiß mir auf den schwanz alter ach was motherfucker das ist ja wie ding ich soll das letzte gebiet hier sein oder was das hier soll das letzte gebiet sein kann es sein das hier soll das letzte gebiet sein das wie metro 2 gefälschte schön scheiß boden durch legt mich an meinem afterlock die wichser naja natürlich man es ist es ist das letzte gebiet sieht so einiges anders aus wie es jetzt erwartet hätte aber das sollte sein hundertprozentig die wichser immer schön fliegen einfach fliegen einfach fliegen einfach fliegen 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 oh krasser hintergrund okay oh der insel ruin die typischen shows ruin wie man sie kennt nur dass es ein bisschen aussieht wie heart of darkness ne was hat auf tag das nächste war das hat auf tag das riesen das spiel ach egal oh ja okay ja ja wir sind eindeutig im letzten gebiet eindeutig hier sind sogar kleine metro zeichen schön hier geht es nicht lange wo es hier lang gehen sollte man liegt wahrscheinlich dass man den eisbeam schon hat man hat ja praktisch gesehen schon alles diesmal man braucht ja schon wieder man braucht ja die anderen dinger gar nicht diesmal auch nicht schlecht aber die aufladestation dann eine speicherstation nicht trotzdem gern gehabt die wird aber wahrscheinlich kurz vor dem endbus jetzt sein die wir da umgesetzt haben clevererweise muss man immer wieder zum abgefuckten endbus laufen finde ich besser so aber naja was weiß dann nicht das ist ein fetter schoße mit dem fußball okay richtige schoße türen ich denke dass hier die geile mucke wie damals ist die speicherstation ich denke dass hier auch irgendwo die teleport station sein wird weil dann werde ich erst mal backtracken die mucke und wir den ganzen scheiß zurückholen oder überhaupt mal holen wo ich auch holen muss die kaputte schoße figur hat hat schon an einiges sehr schön und gut gehalten kurz hat zwar etwas jetzt wieder verändert in dem gebiet aber ist alles cool mucke ist cool die kaputte schoße figur ist da alles cool so muss das und sie mich schon in dem gebiet wo die madrid sind es kann eigentlich nicht sein oder erst mal hier der abschied wurde das eis ok komisch müsse nicht immer noch die teleport station sei da war doch noch eine teleport station offen ich bin was kaputt gemacht hä hab ich das verpasst wo kam der eben her was mit dem hintergrund was an saschen hirn es ist bei kontra oder was ist einfach durch wollen die fliege aber durch die gegend es ist schon geil gemacht damit er mit den gravitations und physik effekten das ist schon cool gemacht da hat er sich schon mühe gegeben das ist schon schon ziemlich schnitt und die türen sind offen dann müsste ich eigentlich durchlaufen können ja dass sie die ganzen forschungsstation oder forschungsdinger für den schoß so sie die metro jetzt gemacht haben man sieht jetzt auch bei sounds return zwischen die backstory leider nur in bildern erklärt aber es ist trotzdem ganz cool sollte man sich mal angucken die backstory ist ganz dafür dass eben nur bilderchen sind ist recht gut und recht ersichtlich was gemeint was verlangt oder was gewollt ist also schon schon nicht schlecht empfiehlt sich sams returns empfiehlt sich im allgemeinen sehr sehr gutes spiel was ich was zum was dies ich da drauf ja so jetzt bestimmt um ja ja geflogen ist was ist das wie ins jürgen müssen geil sagt muss andere da ist ja ein bisschen viel langjähriger erfahrener metroid zerquetscher sollte das ganz locker gehen ist aber trotzdem normales müsste doch irgendwo noch die teleport station sein wir sind kurzer vor der queen ja das verräterische lied und die stacheln wir sind kurz vor der queen moment ich geh nochmal zurück ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen oder ob die das so gedreht haben wie bei samus returns das mal ding das mal nachdem man die metroid queen gekillt hat nochmal backtrappen kann weil da nochmal irgendein unerwarteter boss kommt aber ich glaube es eigentlich kaum warte mal lass ich mal nachzählen wie viele teleportinger gibt es denn eins zwei drei drei so wie viel gibt es dort vier wie gesagt kann eigentlich nicht sein eigentlich müsste jetzt kann ich mich auch erinnern dass ich irgendeine benutzt habe hier geht als anliegen sehr okay wir gehen es nach oben nach dort also da ist noch eins und da geht noch eins nach oben das geht ja okay doch sind vier ja ich kann nicht mal backtracken das kann eigentlich sein da war ja ein feld moment mal ich gehe noch mal zurück ich gehe jetzt mal speichern und dann tue ich den rest von papien nutzen und komplett noch mal zurück zu rennen um zu gucken ob ich da echt nicht mehr durch konnte weil es war zwar beim letzten mal so vielleicht hat es wieder verändert ich kann doch backtracken weil ich steht es eigentlich ganz gern machen steht eigentlich ganz gern die ganzen items und orte noch zeigen wo noch eben dort sind ich will so viel vom spiel zeigen wie möglich also ich werde es versuchen ich werde gucken ob das geht und wenn es nicht geht dann fache ich einfach drauf so jetzt habe ich gespeichert also wenn ich jetzt zurück rennen und du kannst echt nicht backtracken kann ich ausmachen wieder an machen und von dort wieder weiterspielen janis online diesen jahren typen habe ich seit jahren nicht mehr gesehen ich weiß gar nicht warum ich den worten auf meiner seite oder irgendwann einen skype habe sieht so aus als die jetzt gehen ich glaube wir sind an der stelle wo vor zu war schon vorbei ich glaube es geht moment mal was denn wenn ich ah ok so geht es alles klar du kannst im morphball schacht immer noch den speed boost aktivieren als morphball ok ok ja du kannst backtracken alles klar die haben sie aufgemacht das ging jetzt aber nur bei dem einen omega metroid net alles klar dann die letzte drei minuten benutze ich da noch um komplett zurück zu rennen und die letzten gebiete komplett zu erkunden oder soweit zu erkunden wo ich dann halt sagen kann ich bin zufrieden damit in dem gebiet habe ich denke ich nichts verpasst wobei es gab ja noch ein paar geheimtüren jetzt erinnere ich mich auch gerade wieder es gab ja ein paar geheimtüren die frage ist jetzt auch wo waren die können ich hier was verpasst haben in dem gebiet sieht nicht so aus wenn ich jetzt so grob drüber guck hier in dem gebiet könnt ihr was verpasst haben hier sind auch einige gegen die schnett in den normalen in diesen zwischendingen wo ich benutzt habe ok ich gehe erst mal zurück erst mal ganz normalen weg zurück weil die anderen die die basis habe ich komplett erkundet dieses lager ist sie ist diese schosseruinen und diese schosseruinen sind auch komplett erkundet aus jetzt also ich erst mal den ganz normalen weg wieder zurück hier und guck mal was hier ist da fehlt nämlich was da war glaube ich mich recht ändert ist eine föderationslager da scheinbar zu fehlen hier bin schon umgerannt bevor ich einen gravity-suit hatte aber egal der part ist hiermit für heute beendet na fein nächstes part gibt es backtracking action zusammengeschnitte backtracking kacke bis zum abscheißen naja bis die tage wiedersehen